Das ist ein Rockabilly-Requiem. Six Strikes in Rock'n'Roll! Man, ab jetzt starten die Rebels richtig durch! Hubertus war der coolste Typ, den ich kannte. Er und seine Jungs schrien es jedem entgegen. Wir stehen auf 50er-Jahre-Musik. Wir sind Welt und wir sind frei. Wenn ich jemals heirate, dann euch beide zusammen. Weißt du, ich kapier einfach nicht, wie Demi überhaupt mit so nem Witzel... Ey, mach nicht in meinen Wappen! Jungs, immer schön die Nerven bewaffnen. Die Black Jets suchen ne Vorgruppe für ihre Tour. Deswegen brauchen wir so schnell, wie es geht, ne Demo-Wappen. So wie's jetzt ist, dass wir immer stehen wollen. Und das ist mir so was für mich! Besser einen strengen Vater als gar können. Scheiße! Guck mich an! Komm hoch! Die Frage ist... Bleibt man stehen? Oder läuft man weg? Das ist eine Sache zwischen mir und meinem Sohn. Die Frage ist mir so칫! Oh Gott. Das ist mir so schnell. Ich bin zu Hause. Aber gerade ist es mir so schnell. Mann, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Vielen Dank.